Wodka Red Bull ist seltsam. Man fühlt sich gleichzeitig betrunken und unter Strom gesetzt. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Heute habe ich euch den Film Last Vegas mitgebracht. Und in den Kommentaren beim Trailer stand auch schon so ein bisschen drunter, ist das jetzt Hangover mit alten Männern? Es geht auf jeden Fall darum, dass Billy, gespielt von Michael Douglas, schon knapp vor dem 70. Geburtstag ist. Er will jetzt eine Veit aus jüngere Frau heiraten, die ist gerade mal knapp über 30. Und erzählt das seinen Freunden Archie, Sam und Paddy. Und die wollen auf einmal einen Junggesellenabschied in bester Tradition in Las Vegas feiern. Da gibt es noch ein paar Probleme, die bei den allerbesten Freunden noch aus der Jugend ausstehen und sich angestaut haben. Das heißt, das Wochenende wird nicht nur feucht, fröhlich, sondern der ein oder andere Konflikt muss auch aus dem Weg geräumt werden. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier. Hallo. Es gibt Neuigkeiten. Ich werde heiraten. Sagt ihr, dass ihr einen Riesenfehler macht? Willkommen in Las Vegas. Ich möchte, dass wir heute richtig Ärger bekommen. Habt ihr zufällig Drogen? Zählen Blutdrucktabletten? Wir lassen es krachen wie 59. Das wird mit Sicherheit ein feuchtes Wochenende. Der Mann hier feiert seinen Junggesellenabschied. Vier wird Gareth Wul. Wer von euch ist Sam Harris? Wenn man sich jetzt die ersten Bilder anguckt, denkt man eben wirklich daran, das ist ein Hangover mit alten Menschen. Dabei geht es gar nicht darum, völlig auszurasten, sondern hier wird eher nochmal das Leben genießen im hohen Alter gefeiert. Und der Film lebt eben komplett von seinen fantastischen Darstellern. Ich meine, ey, da ist die Elite wirklich in einem Film versammelt. Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas und Kevin Klein in einem Film. Das gab es in der Form auch noch nicht. Es erinnert an einigen Momenten noch so ein bisschen an das Beste, kommt zum Schluss. Das war eben mit Morgan Freeman und Jack Nicholson das Ganze. Also es gibt immer wieder extrem witzige Momente, wo man es maßlos übertreibt, wo es auch darum geht, dass die Jungs, so nenne ich sie jetzt mal auch, wenn sie 70 sind, eben mal wieder 17 bis 27 sein wollen und mal richtig auf die Kacke hauen wollen. Aber es gibt immer wieder diese Zwischenmomente, wo denen eben schon klar ist, dass sie älter sind und in welche Richtung das Ganze eben irgendwie gehen könnte. Das funktioniert aber gut, weil die haben alle unglaublich Bock. Also man sieht denen wirklich im Gesicht an. Sie haben richtig Bock. Und das geht auch direkt über den Zuschauer über, auf den Zuschauer über. Also ob man jetzt jung ist oder alt, spielt gar keine Rolle, weil irgendwie einen coolen alten Opi, der verrückte Sachen macht, den sieht jeder gern. Das Einzige, was man leider sagen muss, ist, dass der Mittelteil ein bisschen durchhängt. Da wird dann wirklich jedes Las Vegas Klischee irgendwie durch den Reißwolf gedreht und gedreht. Das kennt man und auch das Ende hätte man kreativer gestalten können. Insgesamt aber mehr als ein ordentliches, spaßiges Erlebnis. Ich habe den Film ja jetzt irgendwie schon zusammengefasst. Man darf auch gerne noch auf technische Details eingehen. Und da kann man sagen, da macht der Film jetzt eigentlich nie wirklich viel mit. Also geile Establisha von Las Vegas gibt es jetzt nicht. Auch ansonsten spart man sich Kamerafahrten oder andere verrückte Schnitte. Es ist ein sehr geradliniger Film, der auch auf der künstlerischen Seite jetzt nicht besonders viel bietet. Es ist also auch im ganzen Ablauf, also weder technisch noch inhaltlich wirklich überraschend, wo das Ganze hinausläuft. Aber man darf eben nicht vergessen, dass dieser Film saumäßig sympathisch ist. Also ich habe auf jeden Fall total Bock, mit der ganzen Crew da irgendwie auch einen drauf zu machen. Das ist also das, wovon der Film lebt. Denn er wiederholt bestimmte Gags auch immer wieder. Irgendwann ist mal gut, wenn man sich immer mal wieder beschimpft hat oder betont, dass man ja eigentlich alt ist. Also da wird an einigen Stellen immer wieder das Gleiche durchgekaut. Da es aber so nett und sympathisch ist, nimmt man den Jungs das dann gar nicht übel, sondern freut sich eher darauf. Wie sehen sie eigentlich dann aus, wenn geheiratet wird? Sofern geheiratet wird, dafür müsst ihr euch den Film angucken. Es macht auf jeden Fall Laune. Ende ist, wie eben schon gesagt, so ein bisschen so, oh ja, komm ey, ist klar. Aber auch da kann man drüber hinweg schauen, denn es ist und bleibt einfach eine locker leichte Komödie. Wer soll sich Las Vegas jetzt im Kino anschauen? Auf jeden Fall so ein Freundestrupp, ja, wenn ihr euch schon ein bisschen länger kennt und die ein oder andere Party geschmissen habt, schaut euch entweder an, wenn ihr schon was älter seid, wie ihr es jetzt in Zukunft macht, also sehr bald. Oder ihr seid eben so alt wie ich, dann kann man sich aber auch darauf freuen, so ey, was mache ich in 40, 50 Jahren? Das geht immer noch irgendwie klar. Lass uns auch in 40 Jahren steil gehen. Also es ist auf jeden Fall ein Freundestrupp, den man sich angucken kann, aber eben auch für die etwas ältere Zielgruppe. Und damit ziele ich jetzt so auf Eltern an und das ist ja alles so ab 35 plus, ne? Da kann man auf jeden Fall auch Laune haben. Wer sollte sich den Film nicht angucken, sind dann schon Leute, die ein bisschen mehr von diesen Legenden der Schauspielkunst erwarten. Das ist wirklich ganz leichte Kost. Der Humor ist nicht zwingend tiefschürfend. Wer also wirklich keinen Bock auf leichte Kost hat, ist bei Las Vegas an der völlig falschen Adresse. Meine persönliche Bewertungen sind jetzt ganz warmherzige und richtig gut gemeinte 7 von 10 Punkten. Der Film hat eben seine Schwächen. Es ist aber, wenn man ehrlich ist und Freitagabend ins Kino geht und vielleicht ein Bierchen trinkt mit seinen besten Kumpels, völlig scheißegal, ob die Filmfabrik 7, 8 oder 9 Punkte geht, denn der Film macht Laune. Und genau das möchte ich euch damit sagen. 7 Punkte, schaut ihn euch an und habt ein wenig Spaß. Das war meine Review zu Last Vegas. Von euch möchte ich jetzt wissen, wo würdet ihr denn euren Junggesellenabschied feiern und Las Vegas zählt nicht. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne den Daumen nach oben da. Abonnieren geht auch genauso wie Instagram, Twitter und Facebook am besten ja alles zusammen. Da würde ich mich aber freuen, wenn ihr den nämlich abonniert, dann seid ihr nämlich bei der nächsten Review auch wieder dabei. Und dann heißt es eben wieder, eine neue Filmkritik hier in der Filmfabrik mit mir, dem Dominik. Dominik.